Vitamin Vögel Vitamin Vögel Vitamin Vögel Vitamin Vögel die besten Tiere auf der Welt Ja Dachte ich mir jetzt auch selber halt die Fresse Ich hab vergessen was das genau ist Nein runter du Sau Fette Mann Ja überleben versteckt easy das geht Was ist da? Was ist da? Was ist? Oh Hab mir weh getan Was ist da? Kurz gezögern Das wird noch sau lustig später Ja da schreif ich mir jetzt auf Nein Hallo Fette Taube Jetzt muss erstmal Brrrrr Hhhhh Hahahaha Willst du mich verarschen? Ich hab dich nicht gesehen Jaja Wer hat dich da hochgebracht? Mein Skill Hahahaha Oh Hahahaha Oh Hahahaha Hahahaha Ah die Klappe Hallo Bonusfass Hallo Hiiii Wer spricht da? Uiuiuiui Rappel Och ja weißt du Ich hab die Seiten gewechselt Dein Arsch ist so fett ey Wir sind besser oder? Ja Oh Hahahaha Oh mein Gott Ja guck mal Wird da direkt ösig da oben gleich Pfff Ich bin oben Juhu Die Spinne war zwar noch cool und sah irgendwie weil es eine Spinne ist spinnig aus aber Der Elef Der geht mir vor auf den Sack ey Ich will ihn töten und essen Hahahaha Hahahaha Das war geplant Das war geplant Fettes Sackgesicht Und nochmal Hahahaha Ich wollt grad Laserschießen Bam Was? Ich wollt Laserschießen Herr Pit Was laberst du für einen Käse? Oh Immer an der Hahahaha Hahahaha Nein Dafür kacke ich auf den nächsten Mal Ringkäfer Und ess ihn dann Ne umgekehrt Ich ess ihn nun kacke Hahahaha 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 Viel zu easy Hahahaha 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 Boah deine Mama du spiel ey Hahahaha Skillomat Teddy am Start Was da los Hahahaha Hahahaha Skillomat Hahahaha 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 Voll synchronisiert hier Das kommt definitiv rein Hahahaha Hahahaha